1, 2, 3, 4... Wo wollen wir das weg? Durch den Kieler steigen? Dann etwa die Röhrerung, dann kommt es gleich die Röhrerung. Die Farbe, die früher die Maschine, vielleicht durchziehen, okay. Dann sind wir uns auf einmal. So, hot! Wir sind hier übereingekommen mit dem Archivist, das er vollständig macht. Er macht seinen Power-Up-Bohtest, also sieht man hier den Aufbau mit dem Zielstein und ähnlichen Materialien. Und dann sieht man hier, wie die Internetkamera verdeckt ist, Für die Zuschauer, das sind 105 mm Holz, die er mit der Inlandkante versuchte, um den Griff zu zerschlagen. Dieser letzte Teil, wenn er geliebt ist, ist als momentaner Wildrekord registrierbar. Das heißt also, das letzte ist gleich der Wildrekordversuch in den anderen Bewerben am 18.1 durch. Also mit der Konfiguration und Ruhe für diesen Versuch. Dauer braucht es plus anschließend Wildrekordversuch. Es sind 6 Britter, die 150 mm zusammenspart sind. Achtung! 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 So, bitte sicherheitsabstand hier für diesen Hälteverbruch, da könnte man es durch die Wege bringen. Die Helfer können dabei, alle anderen bitte ein Stückchen Abstand. Alle bitte zurück, das hat ganz sicher zu Security Alert. Please, distance from the event. Ja! 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 Ja!